auf twitch seht ihr mich immer live am montag mittwoch und freitag von 19 bis 22 uhr also kommt vorbei ghostgang twitch.tv slash prime offiziell ist auch was neues rausgekommen von 19 50 mal gespannt macht er jetzt auch ein bisschen mehr den neuen stuff ne den neuen style wir checken jetzt ab ak 33 mit 19 50 180 produziert bei nice beats nice man geiler beat geiler vibe die atmosphäre ne auch die hook die hook finde ich so direkt geil radert richtig gut rein geht mies nach vorne und jetzt auch so wo der part jetzt anfängt von ak 33 mit erstmal ein kippchen und erstmal hier eine mische machen bevor der party losgeht richtig das war cool gerappt geil gefloat und auch von der qualität der reime geht es auf jeden fall auch fit so aber ich finde es ist so ausgelutscht immer wieder zu sagen hier so neun millimeter wie dein pimmel ne du hast nur ne neun millimeter in der hose weiss das ist einfach sowas von bad ne leider ist immer wieder zu erwähnen so aber das schon so oft gebracht worden ist aber trotzdem geil gerappt ja mann panik bricht aus ne 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 dann wird das und das und dann deine drogen und dann wird das noch das bargeld geraubt ja man auch sehr sehr nice gefloat ballert gut rein auch wieder nice man ab ab technik hier wieder ne richtig nice und auch hier der vergleich mit olli kahn ne spring direkt rein kennt ja oliver oliver kahn ne war so ein guter torwart ne immer noch legenden torwart nice ich hab mit fußballern sich nichts zu tun so ne aber oliver kahn muss man einfach kennen ja glaub mir mein lieber da kenn ich nix schon von klein auf so mein style abgewichst sagt mir wer kommt mit flying knees oder drehkicks mein vater sagt wenn eine knarre zieht der muss auch schießen zu viel blender auf der straße auch voll geil mein vater sagt wenn man eine knarre hat da muss man auch noch schießen oh wieder dieser abgehackte flow ne schön viele variationen mit drin ne schöne flow variation abwechslungsreich heiß denn sie kennen keine kriege einzige was sie können es groß reden sprich zu klopfen und böse gucken dicker wir nehmen wir nicht auf mit jedem sind bereit für den tor den nutten volle absicht volle absicht 180 180 geh mir in den Taufensack holen schon dir dein Schädel zu drei dicker es ist ne zu der 5 zu der 7 nun A zu dem K zu der 3 zu der 3 volle absicht volle absicht 180 180 geh mir in den Taufensack holen schon dir dein Schädel zu drei dicker es ist ne zu der 5 zu der 7 nun A zu dem K zu der 3 zu der 3 mach keine Welle bei den Falschen du Peach wehen juckzweckes Eisen du ziehst zu viele Schnanger die Babbeln auf Film lassen Frauen für sie laufen doch weiden den Kiez bist ein ganzer brüchig als schwirmer welches Eisen du ziehst aber meiden den Kiez ja mann geil auch wieder die beiden Stimmen harmonieren auch sehr gut hier Nate57 richtig auf Floor Massaker aus ne Qualität der Reime immer nice oh voll geil die wollen wir nicht reinlassen seit wann machen heute die Läufer auf Boss de 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 heulen wie de Fals richtig nice man hat richtig Style auch ne ihr seid dumm wie Cops nur noch stark in der Truppe stark in der Gruppe doch rollen dann stark wie de nutte ne stark wie de Truppe aber dann wie de nutte das ist richtig geil man auch sehr geil wieder auf einmal in die Hook rein schlittert ne kommt richtig nice hat auf jeden Fall richtig Style und ja der brettert einfach durch Floor Variation auch wieder mit drin weil er auch wieder mit der Stimme spielt dann wieder mal ein bisschen nach oben nach oben geht mit der Stimme richtig nice bei Nate also feier ich richtiges Brett boah das klingt kill ey ohne Scheiß das Ding holt mich ab das ist geil das ist einfach ne auch einfach nur zwei geile Parts die einfach rausbrettern so ne geile Hook die nach vorne geht geiler Beat geiler Vibe ne geht auf jeden Fall richtig gut nach vorne und ähm ja man die Qualität der Reime ist richtig nice ne Technik ist dabei ne die Stimmen harmonieren sehr gut die Songqualität ist geil Hook ballert richtig gut ja man genau so muss es sein gefällt mir richtig gut so auf jeden Fall ne check das ab gerne Like da lassen gerne abonnieren und ich schau nochmal den Link in die breite Masse ne könnt ihr das auf jeden Fall mal abchecken so wenn euch das Video gefallen hat könnt ihr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen einen Kommentar und natürlich abonnieren und die Glocke nicht vergessen ne also ihr wisst Bescheid ja und dann kommt mir nicht mit ich hätt kein Twitter äh ich meine Twitch ja dann macht ihr ein Twitch Account ist doch kostenlos